Irgendwas ist hier. Die Frage ist nur, was? Okay. Aber es tut sich nichts. Es ist einfach nur... Okay. Gucken wir mal so selten nach oben. Emergency Shutdown, okay. Ich guck nochmal eben den... ...den Schmetterling an. Vielleicht irgendwie jetzt was passiert oder so. Aber dass der überall ist jetzt schon krass. Hm. Was du dann gemacht hast? Wahnsinnig. Sometimes repressed memories are the most significant... ...very concerning. Okay. Irgendwie hat das hier geflackert, immer wenn ich auf Zeichnungen geguckt habe, hier in der Ecke. Aber... ...es passiert nichts. Hm. Das ist aber... ...das ist aber strange. Life is strange. Was ist das denn da oben? Das ist nur eine Spiegelung? Ich glaube ja, ne? So. Woodland Ridge. Ich gehe nochmal... ...ich gehe nochmal hier hin. Wenn ich sie angucke, passiert dann irgendwas? Nein, ne? Huh? What the fuck? What the fuck? Das war doch vorher auch nicht, oder? Es sind überall Schmetterlinge. Was? Was? Was ist hier los? Boah, die ist voll creepy. Guck dir mal den Eyelider an. Den Eyelider. Den Eyelider. Kommen wir jetzt wieder zurück irgendwo ins... ...Dings? Ja, aber klar. Das heißt, es führt uns hier hin. Boah, das ist alles sehr... ...sehr merkwürdig. So, wenn ich jetzt rausgehe und vielleicht jetzt ins... ...kann ich jetzt ins Büro gehen dann? Und dann... Aber was passiert hier gerade? Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, was das jetzt angeht. Was das zu bedeuten hat. Du machst so viel besser als vorher. Lass uns zurück zum Job in der Hand. Vor allem, dass der Schmetterlinge die ganze Zeit hier ist, macht mir so ein bisschen Sorgen. Und auch hier ist. Aber hier können wir nichts tun. Der ist einfach hier. Und fertig. Fängt das jetzt hier auch an zu flackern, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit drauf gucken? Ja, auf diese Wölbung hier. Keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie so... Sehr strange. Ich kann hier auch nichts machen. Ich kann hier auch nicht ganz lesen, so richtig. Das ist alles irgendwie sehr strange. Schmetterling sind wir noch da, ne? Auf jeden Fall sind wir irgendwie in so einer Zeitschleife, wo ich jetzt auch gerade nicht weiterkomme. Ich gehe mal in das Fall corrupted. Bleibt das jetzt auch nur sechs Sekunden? Ne. Ach, das geht jetzt, oder was? Ich gehe mal hier rein. Ich gucke mal. What the fuck? Äh, hallo? Okay, ich kann nicht außen rum gehen. Du hast zu weit gegangen. Und nur eine Sache wird dir jetzt Sinn machen. Der einzige Weg raus ist, dass du weiter in weiter gehen kannst. Okay. Sieht so ein bisschen aus wie die Tür von X-Files, das Unüberfassbare. Wo ist der Rand gerade unten? Oh! Ähm. Das war, ist, Assemblance gewie... Aber warte mal, ich... Hä? Das ist gerade irgendwie sehr strange, weil... Der Anfangsbildschirm war ein bisschen anders gewesen. Falls ihr euch entsinnen könnt. Denn... Der Schmetterling kam nicht angeflogen. Continue. Wie hieß da? Immer mal continue. Aber continue kann ja eigentlich... Ich schau noch mal. Hallo? Hallo? Sie irgendwie... Ach, den Knopf kann ich wieder drücken, oder was? Obwohl ich mich ein bisschen interessiert bin. Manchmal ist die Wahrheit nicht, was wir uns erinnern wollen. Strange. Wenn du dich verletzt fühlst, ist das komplett normal. Lass uns das ein Schritt auf jeden Fall nehmen. Obwohl ich mich ein bisschen interessiert bin, manchmal ist die Wahrheit nicht, was wir uns erinnern wollen. Wir können auch jetzt keine anderen Fragen mehr auswählen. Mich hätte das jetzt echt mal interessiert, wie das gewesen wäre, wenn der Schmetterling über uns auch weg... Hä? Wir können die letzten Dings nicht mehr auswählen. Es geht weiter? Lol. Also, willst du wirklich noch mal versuchen? Du hast das schon lange gemacht. Und... Für einen Grund... Du siehst wirklich stressiert. What the fuck? Der sagt zu uns, willst du das wirklich nochmal tun? Also das Spiel ist doch nicht Sinn. Alter, was für ein Mindfucking. Kann ich da reinlaufen, während er das lädt? Schau. Dann gehen wir mal Woodland. Manchmal repressierte Erinnerungen sind die größte Signifikation. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich irgendwas ändert. Die Frau sitzt immer noch hier. Und der Schmetterling ist immer noch da. Den ich jetzt natürlich mal angucken. Was? Ach, stimmt. Danach war er ja hier gewesen, ne? Ah, Mist. Wir müssen das nochmal neu starten. Verdammt. Der Schmetterling darf nicht hier hinkommen. Ja, ja, ja. Ich geh nochmal hier durch. Hallo, Doktor. Ich würde gerne... Von der Herr, der Hello, Doktor. Also sind wir auf jeden Fall irgendeiner... Von der Human Labs... Äh, Human Labs. Jetzt kam der Schmetterling nicht geflogen. Was ist hier los? Hallo? Du bist hier, um jetzt helfen, ist klar. So, jetzt pass auf. Jetzt mal gucken. Ist der Schmetterling jetzt auch hier? Nein, jetzt ist er nicht hier. Remember when she saw the blue butterfly? Ja. Mhm. Uh, umstellen geht auch noch. Ja, geht auch noch. Okay, mhm. Turmband anmachen. Ich dachte, vielleicht kann man damit irgendwas starten oder so. Guck mal, die Zeit vergeht so schnell. Das Telefon ist auch nicht mehr da. Hallo, hier. Hat sich nichts verändert. Ist klar, umbel. Hm. Aha, jetzt ist hier schon mal nicht dieses... Ah, guck mal an. Sie sagt jetzt nicht mehr hier... Äh, did you think... Ich denke, du und ich erinnern Dinge anders. So nah waren wir noch nie an ihr. Gruselig? Sind differently. Wir denken an verschiedene Sachen. Unterschiedliche Sachen oder... An andere Sachen. Krass. Dass es noch so weiter geht und im Hauptmenü man drum... Alter, das ist so krass. Aber kann ich mit ihr irgendwas machen? Kann ich irgendwie so ihr... Oh, mhm. Oh, mhm. Entschuldigung. Oh Mann, sie tut mir so leid. Wenn sie doch hier sitzt, na? Das Bild ist mir immer noch suspekt. Ich geh mal in die Nacht rein. Aber ich glaube nicht, dass sie dann noch sitzen wird hier. Also haben wir wieder was Neues gefunden. Neues entdeckt. Okay, hier ist nur... Das ist am flackern. Das ist aber echt strange alles. Der Anrufband wird das wieder weg. Das Bild ist wieder dasselbe. Oder zumindest halt das wieder in der Schneelandschaft. Ich kann doch hier nichts öffnen oder so. Das ist aber echt merkwürdig. Was zur Hölle ist hier passiert? Der Schmetterling ist weg. Ist der Schmetterling hier jetzt vielleicht auch woanders? Irgendwie draußen oder so? Nur mal gucken. Man kann ja mal... Man kann ja mal probieren. Probieren geht über studieren. Mal auf die... Auf die Fenster gucken. Ne. Weil der ist ja komischerweise... In der Nacht ist er ja hier weg. Wo auch immer er sein mag. Er ist davongeflogen. Wie ein kleiner Vogel hinaus in die Welt. Tja. Dann gehen wir mal raus. Und dann schauen wir mal... Was er jetzt zu sagen hat. Ich würde ihn gerne nochmal abschalten. Ich würde ihn gerne nochmal abschalten. Aber leider geht es nicht. Manchmal repressed memories are the most significant. Perhaps I should give you another psychological survey. What do you think of that? Although I'm a bit concerned. Sometimes the truth is not what we want to remember. Das ist mein Job. Ich bin hier. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, ja. So, Schmetterling da. Sitzt sie immer noch hier? Ja, sie sitzt immer noch hier. Sie sagt aber nichts mehr. Hier verschwimmt auch so ein bisschen wieder die... ...die Gedanken. So, hier ist sie ja auch, ne? Aber hier kommen wir so... Was? Was, was denn? Ich habe dich erwartet. Was? Das ist der Ende. Was? Der Ende, du hast dich entschieden für dich selbst. Was? Es könnte anders sein, wenn du einen anderen Weg genommen hast. Aber hier bist du. Wie fühlt es sich? Ist das das, was du immer wollte? Es ist okay. Du hast eine andere Chance. Depending auf was du glauben. Ich habe keine Ahnung, wo es hier abgeht. Ich weiß nicht. Spielende. Okay. Das Spiel ist so strange. Das ist so strange, aber auch wieder irgendwie total geil. Ich bin gewollt, nochmal zu continuen. Um in der Hoffnung zu gucken, ob hier vielleicht doch irgendwie was anders ist. Geil. Geil. Du bist nicht angreif. Es ist alles Teil von deinem Design. Du bist nicht bereit. Vertraue mir. Du bist noch nicht bereit. Vertraue mir. Du bist noch nicht bereit. Wir haben zwei Enden jetzt gesehen. Ich gehe nochmal nach Hause. Ist hier irgendwas geändert vielleicht jetzt? Wo? Ist immer noch um 9 Uhr 18. Schublade ist nichts drin. Bilder sind immer noch dieselben. Sie sitzt immer noch hier. Ja. Sie sagt auf jeden Fall auch nichts mehr. Ich gucke mal ins helle Licht. Vielleicht so wie gerade irgendwie. Auf jeden Fall ist irgendwas passiert. Das definitiv. Die Frage ist nur was. Die Frage ist wirklich nur was ist passiert. Ich bekomme immer noch von der Theorie nicht ab, dass der Sohn irgendwie ums Leben gekommen ist. Okay, das ist immer noch dasselbe. Vor allem wir haben auch gar keine Fußschritte oder so, ne? Es ist... Weiß nicht, ob das jetzt vom Spiel irgendwie nicht gewollt war, dann das mit reinzubringen oder halt. Hm. Das ist alles sehr, alles sehr, sehr strange und sehr, sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt wieder zu ihr gehe, ist doch wahrscheinlich wieder Ende, ne? Oder? Denk ich mal. Im Rücken zum Schmetterling, vielleicht mal hier. Äh, nein, ich will den nicht lang, nein, 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 nein. Die End, du hast dich entschieden, für dich selbst? Es könnte anders sein, wenn du einen anderen Weg genommen hast, aber hier bist du. Wie fühlt es sich? Ist das nicht, was du immer noch wollte? Es ist okay. Du bekommst eine andere Chance. Depending auf was du glaubst. Hä? Was war das denn? War das, war das ein Spielfehler? Alter, das Spiel. Oh Gott. Dieses Spiel. Oh Gott, das Spiel ist so, keine Ahnung. Ich guck jetzt nochmal den Schmetterling an. So, wo sollten wir kommen? Ja, halt den Schnabel. So, jetzt der Schmetterling hier, ne? So, warte. Okay, jetzt will ich das ausprobieren. Ist es denn jetzt dasselbe Ende dann, wenn ich zu ihr gehe? Oh Gott. Ich habe mich auf dich erwartet. Das ist der Ende. Der Ende, den du für dich selbst selbst entschieden hast. Es könnte anders sein, wenn du einen anderen Weg genommen hast. Aber hier bist du. Wie fühlt es sich? Ist das nicht, was du immer wollte? Es ist okay. Du bekommst eine andere Chance. Okay. Depending auf was du glaubst. Okay. 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 Das war derselbe. Wir haben zwar den Schmetterling mitgenommen. Nach draußen zu unserer... Zu unserer, äh... Station da. Aber hier ist nicht anders. Das ist alles. Ein sehr guter Sign. Lass uns zurück zum Job an der Hand. Gut. Ein sehr guter Sign. Wir gehen zurück zum Job. Warte mal. Vielleicht sollte ich dir noch ein anderes psychologisches Survey geben. Was denkst du davon? Trotzdem das nochmal ausprobieren. Hier mal eben. Wir probieren mal ein bisschen durch, ne? Der kann ja sonst hier nicht weg, ne? Der ist ja hier festgetackert quasi. Und hier hinten funktioniert ja auch nichts, ne? Hier ist ja nur das Ding am... Okay. Wir können nur hier durchgehen. Wir sehen immer diese Umrisse auch von dieser... Von dieser Zeichnung, wo ich immer drauf gucke. Hm. Ich probiere nochmal Woodland Ridge. Mensch, wenn wir da jetzt reingehen und dann... ...nochmal auf den Schmetterling gucken. Hatten wir das schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich bin jetzt so verwirrt, weil das Spiel ist mich gerade so verwirrt. Hm. So hatten wir das, glaube ich, nicht, ne? Oder? Oder doch? Hatten wir das so schon? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach, jetzt kommt wieder das. Okay. Ich würde das echt mal brennt interessieren, wie das gewesen wäre, wenn wir die Fragen anders beantwortet hätten. Ob wir dann andere Enden bekommen. Da ist wieder der Schmetterling. Da ist der Schmetterling. Muss ich das irgendwie zusammen mit irgendwas angucken? Nein, ne? Oder? Hier ist ja das komische Geräusch. Das ist, glaube ich, das auch immer, was wir hier sehen, dann, wenn das so flackert. Ich versuche nochmal, alles genau anzugucken. Nee. Hm. Duppen kann ich mich auch nicht. Huch, äh, wollte ich gar nicht. Du warst da für fast zwei Stunden. Was warst du all das ganze Zeit? Und wir sind nicht durch das Pfeil Corrupted gegangen, wie das nur sechs Sekunden offen war, ne? Das hätten wir machen sollen. Das haben wir nämlich auch nicht getan. So viele Sachen, die man noch tun kann. Wenn man das Spiel neu anfängt, natürlich. Ich dachte, das wäre, wo du enden kannst. Hallo, Doktor. Ich bin... ...ja, eine Rekordung meint von dir. ...of dir selbst. Aber durch ein Filter, um unsere Sprache zu maskieren. Du hast zu weit gegangen. Und nur eine Sache wird dir jetzt Sinn machen. Der einzige Weg raus ist, um weiter in weiter zu gehen. Mhm. Okay, hier ändert sich aber auch nichts Großartiges. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle... Machen wir mal einen Cut. Ähm. Und vielleicht werde ich es noch mal weiterspielen. Vielleicht im Stream oder so. Aber ich glaube, fürs Let's Play... Glaube ich, fürs Let's Play reicht es. Glaube ich auch erst mal. Ähm. Ich glaube, fürs Let's Play reicht es, weil... Ja. Würde ich jetzt noch weitersuchen oder so. Klar, man kann es natürlich im Let's Play noch hinaus zögern. Aber ich glaube, das wird sich dann zu sehr hinausziehen. Und alles. Und, ähm. Vielleicht werde ich es im Stream mal so ein bisschen antesten, ob ich da irgendwie weiterkomme mit anderen Sachen oder so. Aber für YouTube war es das erst mal gewesen. War das erst mal definitiv die letzte Folge. Ähm. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Es war ein grandioses, tolles, kleines Mini-Horror-Mine-oder-Brain-Fucking-Spiel-Mini-Let's Play. Es hat mir sehr gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, war sogar jetzt momentan im Angebot für 2,99 oder so. Ja, glaube ich, im Store. Da kann man nicht meckern, dass wir für den Preis umschlagen waren. Schaut mal selber rein. Guckt mal rein. Probiert's aus. Ob es, äh, Spaß macht. Ob ihr vielleicht andere Enden rausfindet. Und wenn ja, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Wird mich mal brennend interessieren. Und, ähm. Ja, würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Oder im Stream. Bis dann. Tschüss.